Ja, die gute alte Abdrucknahme beim Zahnarzt. Wer von euch kennt das? Mit diesem Löffel im Oberkiefer richtig schön nach hinten rein. Aber schaut mal, diese Patientin ist anscheinend sehr, sehr entspannt und hat eben keinen Würgereiz. Und so ist das nun mal. Einige Menschen können das gar nicht ab und bei anderen ist es überhaupt kein Problem. Wozu gehörst du?